Was ist soziale Bewegungen, aus denen Parteien werden, in der Regel haben soziale Bewegungen, aus denen Parteien werden, immer so eine, man könnte es ja etwas überspitzt sagen, religionsstiftende Phase. Soziale Bewegungen haben irgendetwas Transzendentales oder von mir aus auch Fundamentalistisches. Und das ist dann die Zeit auch der viel zitierten Charismatiker. Parteien, wenn sie in festen Organisationsstrukturen oder Routinen sind, brauchen und haben auch keine Charismatiker. Und Petra Kelly war so ein charismatischer Charakter, den man nur aus dieser Zeit heraus, also der späten 70er, frühen 80er Jahre mit den Friedensbewegungen, vorher auch den Anti-AKW-Bewegungen und vielen Ängsten, viel Apokalypse und das Gefühl letztendlich, dass der Planet unmittelbar vor dem Kollaps steht, wenn nicht die große Läuterung kommt. Und dafür steht sie. Und ich glaube, wenn man jetzt heute zum Beispiel einen Film zeigen würde über Petra Kelly, als sie geredet hat, dann würden die meisten Studierenden den Kopf schütteln und anzuglackern fangen, weil es einfach so irre ist. Da ist eine Frau, die mit überschlagener Stimme auf der Bühne steht, ins Mikrofon mit jagender Stimme hinein agitiert und eine ganz kleine, zarte Person, auch mit sehr trotzigen Augen, gebrechlich fragil und, wie gesagt, aufgeregt. Keine dieser Rhetoriker, von denen man so sagen, wuchtig vorbereitet, sondern offenkundig aus dem Herzen heraus. Und da würde man heute sagen, das ist fast ein bisschen hysterisch, das ist gerade so überdreht. Aber da muss man den Eindruck, das ist so eine Art Jeanne d'Arc, die das ernst meint und die den Ernst der Lage sieht und die sich nicht korrumpieren lässt, nicht so ein typischer Parteisold, eine typische Parteisoldatin ist und so weiter. Und dem hat sie entsprochen. Einige Jahre danach wirkte es fast fremd oder wirkte es verrückt und sie hatte auch keine Chance mehr, sich irgendwie durchzusetzen. Und das ist dann die Phase, in der die Partei Strukturen angenommen hat. Und man könnte sagen, derjenige, der es am stärksten verkörpert, nicht unbedingt die Strukturen, da gibt es Leute wie Fritz Kuhn, die verkörpern das mehr. Aber jemand, der diese Entwicklung der Grünen so aus den unangepassten, rebellischen Anfangszeiten hin zu einem Staatsmann ist natürlich Joschka Fischer. Und ist insofern auch ganz typisch, weil er tatsächlich für diese Generation so aus einer suchenden Unangepasstheit kommt, mit allen möglichen Wirrungen und Verwirrungen auch der 70er Jahre in irgendwelchen linksradikalen Gruppen. Bei Fischer ist es nur, und deswegen wirkte er für viele so attraktiv, er war immer ein Stückchen rigider. Er hat in der Tat alles abgebrochen. Von der Familie, die Ehen hat er abgebrochen, die Berufsausbildung. Im Grunde genommen eine gescheiterte Existenz, was es in den späten 70er, frühen 80er Jahren bei dieser Kohorte viel gab. Also die ganz guten Zeiten mit kalkulierbaren Biografien liefen ab und die neuen Möglichkeiten, beruflichen Möglichkeiten in einer Internetwelt oder so etwas war noch nicht da. Und da ist diese Existenz des Taxifahrers nicht unrepräsentativ. Und das Bemerkenswerte für diese Generation, die sich ja tatsächlich dann auch wandeln musste, ist bei Fischer, der sich dann ja auch gewandelt hat, dass es aber nie so aussah wie so ein billiger Opportunismus. Also 1985 da, 87 da, einfach weil der Wind sich gedreht hat, die Umfragen haben sich geändert. Das ist ja der Vorwurf gegenüber Politikern bei Fischer und das war ein bisschen das Geniale an ihm, war alles ein inneres Erweckungserlebnis. Ein großes Damaskuserlebnis und er hat es jedes Mal so nach außen hin, sei es verkauft oder verkörpert oder auch gedeutet im besten Sinne, als einen Lärmprozess, der wirklich innere Schmerzen bereitet hat, eine große Läuterung. Er stand immer im Blut, es war immer natürlich so eine Theatersprache auch und hat dann durch eben ein erweckendes Ereignis einfach sich wirklich reflexiv auch gewandelt. Und insofern konnte eine ganze Generation mitziehen, eine ganze Generation, die als Rebellen gestartet hatten mit komischen Haaren, die dann aber keine komischen Haare mehr hatte und keine Rebellen mehr waren, konnten über diese Erklärungsmuster des Damaskuserlebnis von Fischer sich immer wieder auch erklären, warum sie inzwischen gereift sind und warum sie, obwohl sie oben angekommen sind, eigentlich doch die gleichen geblieben sind. Aber man kann ja nicht stehen bleiben, wo man mal früher gewesen ist. Insofern war er durchaus kongenial für eine bestimmte Phase des Arrivierungsprozesses, wenn man es so nennen möchte. Ja und Claudia Roth ist, das ist ja, inzwischen sind die Grünen ja arriviert, sie sind ja in der Tat bürgerliche, also jetzt von diesen Kriterien her gesehen wie Bildungszertifikate, aber auch Einkommen als die Anhänger aller anderen Parteien. Und sie genießen das Leben ja auch. Sie wohnen wunderschön, sie haben in der Tat ein schönes Einkommen und auch meistens Berufe, die sehr zufriedenstellend sind, weil sie kreativ sind und so weiter. Und gleichzeitig ist für diese Generation oder für diese Gruppe immer auch wichtig, dass es nicht nach Verrat aussieht. Dass sie eigentlich, auch wenn sie inzwischen geläutert sind und viele Dinge natürlich auch in Lernprozessen besser verarbeitet haben, dass sie stolz auf ihre ursprünglichen Ideale sind. Vor allem, wenn jemand aus einer anderen Generation die mal lächerlich machen möchte, dann stehen sie zusammen und sagen, wir hatten noch Ideale, wir Frau Brockdorf, wir Frau Gronne und ihr und so weiter. Das ist die Pose. Und deswegen ist Claudia Roth, die jetzige Mitbundesvorsitzende, die ideale Figur. Die Grünen mussten, wie sie sagen würden, in den letzten Jahren immer wieder Kröten fressen und sie mussten Realpolitik machen, sich einstellen auf die Verhältnisse. Aber sie wollen dann, wenn es schon so ist, mindestens an den Feiertagen gerne die alten Lieder hören. Also dann wird dann nochmal Ton, Stein und Scherben oder wie diese Gruppe heißt, irgendwo auf das Gerät gelegt. Und man nimmt sich noch so einen Joint, wenn man Geburtstag hat und zeigt nochmal den jungen Leuten, was für unangepasste Burschen man war und immer noch ist. Und Petra, und nicht, wer hasst sie nicht, Petra Kelly hier, die Frau Roth, die kann das wunderbar, wenn sie am Mikro steht, die Tränen fließen und wenn sie dann sagt, wie zerrissen sie ist, wenn die Grünen dann wieder irgendwelche Geschwader, jedenfalls mitschicken, die da Bomben über irgendwelche armen Menschen in anderen Ländern runterhageln lassen, dann ist sie zerrissen. Ja, so zwischen ihren Anspruch, einer Pazifistin zu sein, aber doch die Menschenrechte der Frauen in Afghanistan. Und da muss man ja auch etwas für machen. Und das brauchen die Grünen irgendwie immer so, dass sie auf der einen Seite diesen Anpassungsprozess gemacht haben, auf der anderen Seite aber doch jemanden haben, der es moralisch veredelt und so tut, als sei eigentlich nie etwas Böses geschehen. Als könne man jederzeit doch wieder nächste Woche vor irgendeinem Bauzaun kämpfen, weil man doch Ideale hat. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank.